Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play DayZ Standalone. An meiner Seite sind heute der Thomas, der André und der Markus und ganz hinten im Hintergrund der Pille. So, ich bin jetzt auf dem Server und ich sehe aber keinen von euch. Ja, oh. Geh mal hier aus deiner Hütte raus. Ich stehe hier an einem roten Haus unten. An welchem roten Haus? Ja, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich. Ja, gut. Ist der da drin? Nein, nein, der Typ ist da hinten in den Wald gelaufen. Das heißt, der läuft Richtung Markus oder was? Ich weiß jetzt nicht. Ich weiß ja nicht, wo Markus ist. In welchen verdammten Häusern seid ihr? Wie ein Zombie hier. Bist du sicher, der hier rausgelaufen ist aus dem Haus? Ja. Ich habe 100 Brot. Der ist hier über das Feld gelaufen und dann da hinten zwischen den Bäumen verschwunden. Dann gib mir mal kurz Decker und ich muss... Könnt ihr mir mal erzählen, in welchen Häusern ihr seid? Ich habe absolut kein Essen mehr. Von der Seite, wo wir immer hingesneakt sind. Wie sieht es? Das ist so eine Hütte. So eine Minischeune. Wenn du vom Erfee guckst. Linke Hand. Rechte. Ey, geil. Die Sachen sehen jetzt auch gedamaged aus. Da, wo der Typ in der letzten Session seine Psychospielchen gespielt hat. Bei dem Haus rechts runter. Da. Die Sachen sehen jetzt sogar gedamaged aus, wenn die badly damaged sind und so. Ja, sag mir, wo du bist. Dann kommen wir beide dahin. Ja, Moment gerade erstmal bitte. Ich muss erstmal was essen. Ja, ich bin im Austren. Ich muss erst was essen. Ich muss gleich auch was essen. Habt ihr mir gerade zugehört, was ich gesagt habe? Ja. Ich habe gerade ein bisschen Schiss in der Bux. Nein, ich meine das mit den Sachen. Wenn die badly damaged sind oder ruined, dann sind die kaputt aus. Also jetzt als Bild. Ja, das ist cool. So, ich esse jetzt was. Weil ich habe nämlich schon Orangen Hunger. Ich habe erst Grün. Hier ist noch ein Rucksack. Ich esse jetzt auch mal was. André, wenn du Mut brauchst, ich habe auf jeden Fall noch jede Menge. Na, ich habe 130. Da schießt jemand. Da schießt jemand. Ja, ich hörs. Alter, wir müssen hier weg. Was machen wir? Wir müssen hier weg. Das kann aber vom Dorf aus. Was? Mein Händler hat vibriert. Oh, scheiß Ding. So, ich habe immer noch Hunger. Da ist mein Problem. Oh, fuck, du, du, du. Ich sehe da jemanden. Wo? Oh, das ist ein Zombie. Es sind nur so ganz wenige Pixel, die sich da hinten bewegen. Im Dorf oder was? Nee, das ist, glaube ich, ein Zombie. Fuck, Alter. Wo kamen die Schüsse her? Die kamen doch von da hinten. Nicht vom Erfield, sondern von unten. Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe das nicht richtig mitbekommen. Wo bist du? Im Haus drin. Okay, ich muss jetzt auch was essen. Ähm, was haben wir denn hier? Wo ist mein Can-Opener? Lol. Hielt ein Bayonett. Ja, der Typ mit der Mosen hatte auch ein Bayonett dran. Deswegen habe ich jetzt wissen, wo ihr seid, ey. Ja, ihr kennt. Tuna is completely ruined. Das heißt, ich kann die nicht essen. Ja. Ich habe immer noch grünen Hunger. Das ist scheiße. Ich habe auch grünen Hunger. Und ich habe Angst, hier rauszugehen, als ich voll weggeprettert werde. Ja, ich bin draußen. André, bist du im Haus drin? Ja. Alter, sag doch mal vorher sowas an. Markus, wo bist du? Ähm... Wenn du... Wo der Typ oben die Psychospielchen gespielt hat. Ja. Da einfach straight runterlaufen. Da sind wir doch an so einem komischen... an so einem Hof vorbeigelaufen oder so. Links vorbei. Ja, ganz klein. Hä? So einen ganz kleinen, ja. Ja. Da links vorbei. Und wenn du da runterläufst, dann kommst du an so ein grünes Haus. Neben dem Brunnen, oder was? Ja. War das jetzt eine Frage, oder war das eine Antwort? Ausrufezeichen. Ja, André, dann komm jetzt. Ich weiß, wohin. Komm jetzt raus rein. Oh, Mann. Ich hab Angst. So, und jetzt müssen wir... Gut, am besten direkt die Fäuste in die Hand. Fäuste? Fäuste in die Hand. Ja, und direkt laufen. Ja, warte, warte, ich packe die weg. Ich lauf jetzt hier einmal, äh, links... Ach, steh doch auf, du. Was gehört? Ja, ich laufe dir hinterher. Oh, 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 bitte mitschießen. Was machst du denn, Markus? So weit... So weit... Oh, wie ist so weit gelaufen, ey. Ja. Du hast dir dann gesehen, was ich gesehen hab. Ach, da hinten. Ja. Oh, hier müsste eigentlich der Typ mit der Mosin irgendwo sein. Noi. Wenn er sich nicht weiter bewegt hat. Ich hör schon mal die Axt raus. Ist dein Haus noch zu, Markus? Ich bin draußen. Ich bin nun immer zu dem grünen Haus. Noi. Wo bist du denn? Ich bin ganz unten, unterhalb von dem, von dem Weg. Cool, das Haus ist noch nicht offen. Aber ich rieche gleich schon die Rache von André. Das war's, Alter. Ich geh mal nach oben. In welchem Haus seid ihr? In dem grünen. In dem grünen. Ich bin oben im grünen. Wenn du reinkommst, sag Bescheid. Immer Zombies, ey. Ihr nicht? Nee. Ich hoffe, ihr seid in dem richtigen Haus. Kommst du es rein, oder was? Warum geht denn die andere Tür nicht auf? Ach, hier ist ja kein Fenster. Verdammt. Können die nicht runterkommen, oder wollt ihr hoch zum Airfield? Eigentlich wollen wir hoch zum Airfield. Zum Airfield will ich nicht mehr. Nicht mehr? Irgendwie nicht so, ne. Na gut, hier sind eigentlich so viele Leute unterwegs. Da wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Wir können eigentlich direkt zum Thomas laufen. Ja, bitte. Hat jemand einen Kennopener? Ja. Ja, ich. Ja, komm mal hier hin, bitte. Obwohl, nee, hier ist ein großes Fenster. Von meiner Standby. Hast du auch ein, hast du auch ein, ähm, eine Dose für mich? Ja. Ja, dann werf raus. Einmal Jedi und einmal Jedi. Mann, ist das ja was flott. Was willst du haben? Nee, egal. Was ist denn das? Da gib mir das Pristine. Oder hast du... Alter, halt dein Maul, wer ist hier am Essen? Ich nicht. Noch keiner. Das ist bestimmt der Typ mit der Mose, ich schwöre. Halt dein Maul, ich hab hier gerade... Wo bist du? Bist du im Grünhaus? Nee, ich bin immer noch hier unten. Wir sind oben. Im, äh, wir haben... Im Grünhaus. Ja. Ich hab Angst, ich bin gleich... Also, wer hier reinkommt, der hat genatzt, ey. Ich kann mich schon ausloggen, ich bin eh gleich tot. Ich schieß direkt, wenn hier einer reinkommt, ne? Also, Markus dann sagt, könne ich dir das an, wenn du im grünen Haus bist. Die Dose liegt da übrigens. Ist rechts neben euch ein, äh, ein rotes Haus. Ein rotes Backsteinhaus. Ja. Er ist jetzt was, ne? Und dazwischen ist der Brunnen. Boah, hast du das gemacht? Nein. Nee, das war ich, sorry. Boah. Ja, auf einmal, komm da drinnen. Markus, sag, wenn du hier reinkommst. Alter, ich weiß nicht, in welches... Also, ich bin gerade total planlos. Du hast doch eben gefragt, ob neben uns ein rotes Backsteinhaus ist. Ja, ist es. Drei, zwei, eins. Was? Ich komm jetzt mal... Komm die Treppe hoch und die Tür, die zu ist, da sind wir drin. Ah, jetzt läuft er nicht den Berg hoch. Ich hab Angst. Was macht der denn da? Ich esse was, falls du... Hörst, Markus. Gut, dann... Lauf doch, ich komm jetzt... Ich komm jetzt hoch, mach die Tür auf. Okay, ich schieße mich. Ich schieße dich, Markus. Wenn du da bist, bist du drin? Ich bin drin. Gut. Komm die Treppe hoch. Ja, bin ich. Ich mach jetzt die Tür auf. Ja. Und ich sehe hier keinen. Hast die andere Tür aufgemacht? Ich hab auf jeden Fall einen gehört. Mach dich den dann auf? Ja, wir sind hier. So. Jetzt wird erstmal die Wache gehalten. Go. Papa muss was essen. Ich hab gegessen. Ey, ich hab ne ganze Dose Sardinen, die pristine sind, gegessen. Hab immer noch hungrig. Ja, ich war eben orange hungrig, weil ich nie essen konnte. Warum ist mein Reis? Warum ist mein Reis ruined? So die Scheiße. Psst. Ey, hier ist alles gerade ruined bei mir. Ja, ist voll viel ruined, ja. Und vor allem auch voll viel badly damaged irgendwie. Ah, hier die Crunchchips, die sind noch. Kann man noch essen. Sogar mein Barrette ist badly damaged. Das ist scheiße. Das sieht voll kacke jetzt aus. Ich hab besser mir gestern den Helm noch holen sollen, den ich da gefunden hatte. Lol, ey, der ist ja immer noch hungrig. What the fuck? Ja, ey, ihr Lebensmüden. Wie wär's, wenn einer Wache hält und zwei Leute essen? Anstatt drei Leute essen. Ja, jetzt, ja. Kann noch einer ne Dose Essen abgeben? Ich hab nix mehr. Ich hab nur noch 20% Serialien. Markus? Ja, Moment, ich mach dir grad was auf. Was ist hin? Wo ist hin? Was? Ich würd sagen, wir gehen erstmal ein bisschen Nahrung sammeln und so in so irgendwelchen kleinen Dreckstädten. Was haltet ihr davon? Abstand. Ja, was müssen wir ja machen. Ja, ich würd am liebsten jetzt einfach durchlaufen zum Thomas. Damit wir schon mal zu viert sind. Wie dauert Thomas, wo bist du eigentlich? Auf der Wiese? Bei Bäumen? Ja, gut, dann wissen wir ja, wo du. Ja, du hast jetzt hier mit ne Sardinenbüchse aufgemacht und die ist jetzt nicht mehr da. Ja, da muss wohl schwarzloch sein. Ey, nix hier gegen schwarzlöcher. Warum? Entschuldigung, Maximalpuff. Ist das leise. Ich hab auch was zu bewegen. Ey, wenn da jetzt jemand in die Tür reinkommt, huck, du stehst mir so ein bisschen im Weg. Oh, guck ich. Ich würd sagen, wir laufen jetzt nach... Lauft Richtung Westen, wir treffen uns in Quazno. Quazno? Oder du, du Prof gegen Bofka. Ja, du Profka ist gut. Du Profka ist gut. Alles klar, du Profka. Okay, dann weiß ich, wo wir hin müssen. Ja, okay. Jungs. Okay, da, ob ich das finde. Ähm, also so, ähm, von Haus zu Haus nicken oder einfach querfält ein mit den Fäusten oben? Einfach, äh, sobald wir aus dem Haus hier raus sind, Fäuste in die Hand und Gas. Gut. Boah, ich war das. Sag doch einer, dass du die Tür aufmachst. Ich hab die Tür aufgemacht. Äh, ja. Kommunikation ist alles. Psst, 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 psst. Ruhe. Ruhe. Ich hätte schwören, könnte ich hätte von rechts einen Laufen hören. So, Leute, Waffen wegpacken und mir unauffällig folgen. Ich laufe jetzt rechts rum und laufe dann die Wiese runter. Alles klar. Eins, zwei, drei. Ich scheine keiner zu sein, weil hier überall noch die Häuser zu sind. Da hat nichts zu sagen. Immer mehr schön hinterher. Ach da. Warum schieben wir eigentlich die Kratz und Schiss, ne? Ja, weil wir gestern und vorgestern fast einen Herzfakt bekommen hätten. Ey, gestern war ja echt viel zu krass. Oder vorgestern mit der Tür da. So, wie heißt das Örtchen? Oh, hä? Dubrovka. Ah, da, links. Und da können wir dann, glaube ich, erstmal in Ruhe ein bisschen, äh, looten. Diese Scheiß-Zombie-Audio-Bugs hier bei mir. Ich hab die gar nicht gerade. Das ist meine, äh, extrem schlimmen Quart. Weil in Dubrovka, denke ich mal, ähm, da werden wir, äh, ein bisschen alleine sein. Aber volle Server sind auch irgendwie geil. Du, 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 du. Hat schon so seinen Reiz. Ja, lol. Ich hoffe, dass jeder jetzt über den Weg läuft. Hm, stell dir vor, hier kommen jetzt uns genauso Leute entgegen, auch mit, äh, keiner Waffe in der Hand. Sondern heißt es, wer zuerst zieht. Ach, hier diese Scheiße. thomas das auch nur im vierge korrekt auch ganz noch einen der eine waffe hat bei mir ist eigentlich alles ganz okay bei mir auch leute und das wo ganz unten auf dem oder ist markus das markus ich sehe euch nicht mehr das ja markus laufen weiter ja ich habe nur ein laufen gesehen ich habe euch nicht mehr gesehen und ihr habt ein anderer hat den busch gepackt das war einfach gegen den busch gelaufen er hat mich doch angeguckt der george w hochgearbeitet fängt es schon wieder an b ich auf die straße laufen nur ich habe schon weiter wo sie wirklich viel sicherer fühlen ich glaube ich war mit der panzerfaust richtig sicher fühlen oder direkt mit dem panzer ich bin rotdurstig soll ich dir was geben ich müsste noch zwei feldflaschen haben ja dann trink auf jeden fall was das ist nicht gut sonst ja dann wartet mal gerade hier bei dem busch beim george w ich werde mich jetzt nicht zu euch daher der markus müsste einmal sein geschäft erledigen im busch war eine schöne spide ich habe echt überhaupt nichts mehr an ich habe noch glaube ich eine dose trinken ich habe noch zwei feldflaschen aber eine ist ruin da weiß ich nicht ob ich daraus trinken kann ich probier's mal ich würde sagen wir laufen dann von duproffka wieder nach polana da kennen wir uns aus was haltet ihr davon ich dachte wir wollten richtung westen ja beruhig dich erstmal wir müssen erstmal sachen finden wieder so ich lauf weiter ne ja lauf mal von duproffka nach gorka und dann weiter in westen ich bin gegen polana ich bin auch gegen polana ja was ist mit euch los ey ich bin vor kurzem erst gestorben ja deswegen brauchst du wieder eine anständige waffe mann ja aber nicht nachdem ich 10 mal gestorben bin oder so hinter euch oh i feel hungry du verfressenes stück scheiße ohne witz die nachhut wieviel server gab es eigentlich ja menschen hat das gezählt ja auf jeden fall die waren alle die waren aber alle recht voll so hier haben wir schon mal ein häuschen dass wir looten können und thomas tankstelle ja oh wie süß naa da steh ich immer noch zu der war wirklich süß hehehe 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 so also ne selbstverständlich nicht können wir uns hier nicht irgendwie ein feld anbauen oder so jaja ein drogenfeld gell nein jaja 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 ey ohne scheiß ich find's ja gar nichts gas ich fühl mich hier schon zehnmal sicherer als da oben hehehe ich irgendwie nicht hehehe ich fühl mich hier nicht so sicher ich fühl mich hier nicht so sicher ja hier sind ziemlich viele leute drauf er hat am anfang wo wir nicht aufs server gehen wollten die über zehn leuten hatten ja der michel action jesus hehehe 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 wer hat die macht ja ich habe die macht ja ich habe die macht so was wer ist das trio ne hier steht rain of death und dann halt eckige klammer auf TR eckige klammer zu ne ich glaube nicht dass das trio kommt das war der crash lackaffe crash bandicoat crash bandicoat und der aserui ist dazu gekommen so da vorne sind schon mal die ersten häuser glaube ich von dubrovka zumindest ist die ersten außen stehen denn da hinten ist dubrovka kannst du nicht mal bewölkt sein oder so man die sonne ich glaube deinem haus echt wo kommt man hier rein warte wo hast du schwult holzhaus vorne gezahnt als gelbes haus und hinten holz da ist nix drin wie immer ja richtige asoziale häuser die wollen nicht du siehst doch da nordwestlich noch so ein paar loot dinger über dubrovka ja da ganz in den westlichsten da wo auch ein kreuz ist und so ne ja da bin ich grad da müssten unsere wege uns fast kreuzen ich sag echt mal ein bisschen also hier ist noch die türen sind zu und loot ist da du sagst aber bevor du nach dubrovka reinläufst sagst du vorher bescheid ne ja sonst wirst du zum letzten mal da reingelaufen ja vor allem wenn marcus dabei ist jawohl der ist ja bekannt für seinen teamkits ja da 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 war da